Musik Hallo everybody and welcome back to my channel RobinsWorld Falls ihr mich noch nicht kennt und noch nicht subscribt, dann subscribt auf jeden Fall und lasst das Glöckchen klingeln, damit ihr immer informiert werdet, wenn ich was poste Und ich heiße Robin, ich bin 20 Jahre alt und ich habe meinen YouTube Channel gemacht, um informative College Uni Videos zu posten Aber natürlich gibt es auch ein paar fun Videos, so wie dieses hier, eine Haul haben wir heute am Start und zwar von Motel Rocks Ja, ich habe da mega viel Werbung auf Instagram gesehen und dachte, hey, ich probiere das jetzt mal aus, was es da so cooles gibt Und habe auch ganz gezielt nach Outfits geschaut und geshoppt, weil ich mir dachte, ich kann nicht immer wieder einfach nur Oberteile kaufen Ich muss anfangen, gezielt Dinge einzukaufen, weil, ja, was macht man mit super vielen Tops, die man zu keiner Hose kombinieren kann Oder tausend Röcke zu haben, die zu keinem Oberteil passen, for example Aber, ja, genau, was ich schon jetzt gefunden habe, das werdet ihr gleich sehen Also, let's get right into it Fangen wir mit einem Rock an Und zwar habe ich da einen süßen Rosanen gekauft, weil, ähm, als ich meine Bestellung aufgegeben habe Da sah es draußen, ähm, nicht so aus wie jetzt momentan in Deutschland Und es hat tatsächlich nicht mehr geschneit, man Sondern es war 24 Grad warm Naja, also dieser Rock, ihr seht ihn Ah, ist falsch rum, sorry So ist es ganz Oben dran finde ich irgendwie voll cool Ähm, ist er eben so ein bisschen glatt Und, ähm, was ich bei dem Model gesehen habe, werde ich hier im Bild einblenden Ähm, war, dass sie ihn Also, dass er dadurch ein bisschen high-waisted ist, aber nicht ganz so high-waisted aussieht Und trotzdem recht lang ist Und nicht, ähm, ja, den halben Po zeigt Genau, und unten ist er eben wie so ein kleiner Tennis-College-Rock Rock Skirt Und, ja, das hat mir mega gut gefallen Dazu Ähm, habe ich einen passenden Boah Hässlichstes Geräusch ever Ähm, Cardigan gekauft Der, ähm, ja, von dem Rosaton eben her Dazu passt Da sind kleine Schmetterlinge drauf Yay Weil ich mir dachte, im Sommer kann es halt trotzdem Immer, ähm, noch einen kleinen Zug geben am Anfang vom Sommer Und daher, ähm, der ist auch recht dickes Material So, dass man eben nicht friert Was ich auch sehr gemocht habe, war, dass er so ein bisschen cropped ist Das heißt Das heißt, dadurch, dass der Rock, ja, ein bisschen high-waisted ist Wird er wahrscheinlich, hoffentlich, meiner Vorstellung Ähm, genau daran passen Und von der Cropped-Länge her Genau dem Rock sich so ein bisschen anpassen You know Ähm, ja, darunter dachte ich mir Kann man so ein kleines, ähm, falls man gerne ein Body Anziehen will Kann man einen schwarzen Body drunter ziehen Aber auch einfach einen Cropped-Top Natürlich, also nicht Nicht noch ein anderes, ähm, nicht noch ein anderes Muster drunter Weil hier sind ja schon so Schmetterlinge drauf Ich finde die mega süß Ähm, sondern halt einfach ein schwarzes oder ein rosanes Da aber der Rock rosa ist Finde ich, glaube ich, dass ein schwarzes schöner dazu aussieht Weil, ähm, ja, weil man dann einfach diesen Kontrast hat Zum Rock, falls man die Jacke dann eben doch aussieht oder offen hat Und, ähm, ja Klar ist jetzt schwarz nicht so eine sommerliche Farbe Aber, ich finde, ähm, wenn man es gut kombiniert Dann kann man auch schwarz im Sommer gut anziehen Ah ja, genau Was die zwei Sachen gekostet haben Interessiert euch vielleicht auch Es gab da, ich weiß nicht, ob es es momentan noch gibt Ähm, auf der Seite einen Code Und der hieß Social25 Blende ich irgendwo hier ein Und, äh, damit hat man 25% Rabatt bekommen Wie der, ähm, Code schon sagt Deswegen hat der Rock, ähm, uh, er hat trotzdem noch 35 Euro gekostet Ich muss aber sagen Von dem her, wie es sich jetzt anfasst Ähm, es ist gute Qualität Und es hat hier auch noch Das ist das Innere noch Hat hier noch so einen, ähm, kleinen Bund Dass es auch wirklich sitzt und sich nicht so schnell ausdehnt Ja, und, äh, es hängt auch keine Naht weg Der Reißverschluss scheint auch gut zu sein Also ich habe jetzt nicht das Gefühl Näh, wofür Effekt Dass es ein schlechter Reißverschluss ist Der sofort kaputt geht Was ja schon mal für, äh, nicht so schlechte Qualität spricht Genau, und der Cardigan Die riechen ja manchmal so komisch Wenn die nicht so gute Qualität sind Der, äh, riecht jetzt nicht eklig Riecht eigentlich gut Ähm, und die Knöpfe sind auch echt gut daran genäht Werden wir nachher beim, ähm, beziehungsweise ihr seht das ja jetzt hier gleich Ähm, wie der eben fittet Da, ähm, deute ich auch immer noch ein bisschen da drauf Ähm, was vielleicht beim Anprobieren ein bisschen ein Trouble ist Aber vom Anschauen her und vom Fühlen her ist es bis jetzt wirklich gut Ja, aber kommen wir zum Preis des Cardigans Ähm, der hat von 50 Euro nur noch 33 gekostet Meiner Meinung nach geht's voll klar So, ich meine, wenn man jetzt bei Ups, sorry für den Ton Ich hab mir so eine mega cute Handyhülle Beziehungsweise gefunden in meinem Zimmer Ähm, und die können sich so umhängen Yay! Da muss man's nie wieder suchen, genau Aber, äh, genau Wenn man sich jetzt so ein Cardigan bei H&M zum Beispiel kaufen würde Dann kosten die auch immer so ungefähr 30 oder so 25 Kommt drauf an, ähm, ob's jetzt Also aus welcher Linie das ist Ob's jetzt so ein extra Comfort oder Deluxe ist Die haben ja jetzt momentan schon ganz viel Verschiedene Sachen, die die da anbieten Aber back to Motel Rocks, würde ich sagen Genau, was, ähm, habe ich als nächstes mir gehört Als nächstes wollte ich ganz trendy sein Und, ähm, habe mir Und, äh, habe mir eine Lederhose bestellt Oh mein Gott, die sieht so klein aus Ähm, ja Äh, die sieht so aus Ich geh mal hier ran, dass ihr auch seht, dass das Leder ist Äh, ja Hat hinten solche Taschen Vorne, äh, sieht's Äh, so aus Also vom Zumachen her Ist es doppelte Sicherung Ähm, und Ja, hat auch noch solche Taschen Riecht ein bisschen komisch, meiner Meinung nach Ich hab's heute mit dem Geruch Aber, äh, sieht cool aus auf jeden Fall Und ich hab das eben ganz viel gesehen Auch, ähm, so mit Dann noch Lederbläsern oben drüber Und, dass die unten eben so ein bisschen, ähm, breiter sind Das sieht man jetzt hier auch recht gut Die, ähm, wird dann so ähnlich wie eine Schlaghose Und, klar, im Sommer, äh, ist es nicht so vorteilhaft Sich eine Lederhose anzuziehen Weil es wird super heiß da drin Ähm, aber Ich dachte mir, ich probier's einfach mal aus Jetzt, äh, wo es eh wieder kälter wurde Ist es eine ganz gute Idee Allerdings, äh, hab ich ein bisschen Angst Dass, äh, bei den Hosen Die ein bisschen klein ausfallen Ich hab eine L bestellt Aber es sieht für mich eher, äh Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht Aber für mich sieht's eher wie so eine M aus Aber mal sehen Ihr sollt jetzt hier gleich sehen, äh, ob Ein Fitting-Video gekommen ist oder nicht Also, wie ich's vorausgesagt hatte Die Hose, die Lederhose Fällt mega klein aus Falls euch die ja so gefallen hat Dann, ähm, kauft ihr ihn gefühlt Fünf Nummern größer Nee, Spaß Aber, ähm, überlegt euch Und schaut euch vielleicht nochmal das Sizing Auf der Webseite an Von der Hose Weil Meiner Meinung nach Fällt die jetzt sehr klein obenrum aus Vor allem, wenn man ein bisschen Booty hat Daran könnt ihr dann, äh, festhalten Ob mein Po reingepasst hat oder nicht Genau, diese Hose Ich glaub, die war sautreuer Tropfstimm Wait a second Ah, die heißt auch Wide Leg Trouser In, ähm, Faux Leather Leather Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst Dass die wirklich extra unten Äh, breiter ist Die hat, äh, 40 Euro gekostet Genau, und ich hab's in der Größe L bestellt Den Rock Nur so, ähm, damit ihr ungefähr die Größen wisst Wenn ihr mich dann seht Dann wisst ihr ja ungefähr so Ähm, wie ich aussehe Und wie das euch fitten würde Dann vielleicht Den hab ich tatsächlich in der XL genommen Aber weil ich dachte, wenn's ein bisschen high-waisted ist Dann ist bei der Hüfte immer so eng Deswegen dachte ich mir, ich nehme eine Nummer größer Als ich sonst hab Genau Und den Cardigan Diesen Cropped Cardigan Hab ich auch in der XL genommen Weil ich ein bisschen oversized wollte Aber ich fand jetzt, dass der gar nicht mal so oversized aussah Also muss man vielleicht schauen Ähm, dass man eine Nummer größer nimmt Immer Wenn man es gern ein bisschen oversized hätte Kommen wir jetzt zum Oberteil Mit dem ich das Ganze, ähm, finden wollte Und zwar Oh Ist ja gar kein BH drin Schade Also online sah das so aus Als hätte das Model Gleich so Als wäre da sowas integriert Für die Bubis Dass man die nicht sieht Aber Ähm, das war leider nicht der Fall Also es ist komplett durchsichtig Äh, ja, hier Ist das so ein bisschen Marmor-Look Ähm, auf dem Bild Online sah es tatsächlich auch von der Farbe her anders aus So als würde es perfekt Zu dem Zu der Lederfarbe passen Hier ist es jetzt aber so ein bisschen Äh, also viel grüner als auf dem Bild Aber hey We go with Äh, genau Ähm, ja, darunter würde ich dann jetzt einfach Einen hautfarbenen oder einen weißen Vielleicht auch so einen weißen, coolen Spitzen-BH machen Wenn man ihn dann schon durchzieht Wenn man es eher unauffällig möchte Dann halt einen Hautfarbenen-BH Aber ich glaube, ich würde tatsächlich eher einen mit Spitze dann da drunter ziehen Vorne Hat man wahrscheinlich gerade schon gesehen Aber da sind noch so mal ein bisschen Streifen dran Die es noch ein bisschen so wilder machen Haha Äh, ja Äh, deswegen Vielleicht crash es dann ein bisschen Mit dem Mit der Spitze Aber man kann ja beides mal ausprobieren Und gucken, was einem besser gefällt Genau, das Oberteil Ähm, hat dann 10 Euro weniger gekostet Und nur noch 27 Euro statt 37 Ich finde die Preise schon irgendwie ein bisschen High up there Aber We go with Genau Kommen wir jetzt zur zweiten und letzten Hose, die ich mir geholt habe Ich habe ja vorhin schon mal über, ähm, diese Anzug, ähm, Outfits geredet Und Da dachte ich mir Oh mein Gott, sieht voll cool aus Weiß nicht, ob die Mitte steht Dachte ich, probiere es einfach mal aus Und Da ich eh andere Hosen ausprobieren wollte Dachte ich Ich hole mir die in so einem Braun Ähm Auf meiner Kamera sieht es jetzt eher Nicht so schön aus Die Farbe Aber, ähm, ich finde In echt sieht es jetzt nicht so wie so ein Kackbraun aus Sieht nach einem schönen Braun aus Ja, hier auch wieder der Äh, die zumacht Wo man es zumacht Hat auch wieder so eine doppelte Sicherung Sicherung Ja, genau Also hat man halt zwei Verschlüsse Vielleicht falls Ah ja Sorry für den Cut Aber meine Kamera ist gerade gestorben Muss sie jetzt erstmal aufladen Ähm, ja Also Zurück zu unserer Hose Sie hat, ähm, sowas für Gürtel Finde ich auch ganz cool Falls, ähm, es einem zu groß ist Das war, glaube ich, bei der Lederhose auch der Fall Jetzt mal kurz schauen Nein, tatsächlich nicht Kleine Enttäuschung, aber okay We go with Ähm, sorry, dass ich das so oft sage Ich habe das bei so einer YouTuberin gesehen Hat mich voll aufgeregt Und jetzt sage ich selber Aber Ja, also Es ist, äh, wie so eine Schlaghose Finde ich eigentlich ganz cool Was, ähm, ich auch schön finde Ist, dass da vorne Nicht wie bei so vielen, ähm, Anzughosen Solche komischen Streifen drauf sind Das, da sieht das Beine mal voll fett aus Meiner Meinung nach Und wenn man eh schon ein bisschen, ähm Dickere Oberschenkel hat Dann macht es einen eher uncomfortable Zumindest mich Genau Aber ich hoffe, die sitzt mega gut am Po Weil, ähm, also auf Pinterest könnt ihr mal schauen Da kann ich euch auch hier ein paar verlinken Wo ich gesehen habe und mir so dachte Oh, voll ästhetisch Ähm, ja, äh, sah das irgendwie voll cool aus Und dann war das so, äh, mit dem Po Dann sah der auch voll schön aus Naja, auf jeden Fall Genau, sie hat hier, ähm, auch so zwei Taschen Die man auch benutzen kann Die sind nicht zugenäht Finde ich geil Und hier vom Material her, ähm, vom Fühlen Ist der Stoff Und die sieht auch nicht so mini aus Sie sieht auch proportional so wie eine Größe L aus Meiner Meinung nach Genau Aber ihr werdet es ja gesehen haben Wie es aussah Ich glaube, es sieht ganz cool aus Leider gab es, ähm, die Anzugjacke dazu Nicht, sonst hätte ich die genommen Damit man es so cool gepaart hätte Aber, ähm, ja Erstmal zu Hosen Zu den Kosten Zum Preis Lol Hat, ähm, 49 Euro gekostet Ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe Oh, sie hat, geht ja voll Oh, 1000 Euro ausgegeben Nee, Spaß Aber, äh, ja Weil es eben diese Anzugjacke nicht gab Dachte ich mir Vielleicht erstmal zum Top Da habe ich mir, äh, so ein Oh, der sieht auch sehr klein aus So ein Body geholt Äh, von vorne ganz normal So schwarz Das gefühlt so groß wie mein Kopf Nur, oh Gott Mal schauen, ob der mir passt Ähm, ja Von hinten Ähm, ist der ein bisschen mehr special Als von vorne Und zwar Und zwar Sorry, hat mich gerade voll was gezogen Ich glaube, ich habe heute nämlich so eine Klammer drin Und da tun mir meine Haare ein bisschen weh Naja Auf jeden Fall, ähm, sind hier hinten so zwei Bänder Die dann eben so aussehen Bisschen so wie ein Bikini Ähm, so sah das Ganze online aus Finde eigentlich sah ganz cool aus Nach mir Schick Fresh Probier ich auch Naja Und, ähm, ja Zu der Anzugkose Da die ja unten schon so ein bisschen weiter aufgeht Finde ich es immer nicht so cool Wenn man Oben drüber Dann auch so große, ähm, Shirts anzieht Daher habe ich mich dann für diesen Body entschieden Weil ich eben nach einem engeren Oberteil gesucht habe Und der war ein bisschen special Da hat man nicht so was stinklangweiliges Wenn man dann, ähm, irgendwo sitzt dann Und seine Jacke aussieht Dann ist es trotzdem so ein bisschen schicki von hinten Haha Genau Aber Dieser, ähm, erstmal zum Preis Hat gekostet Ähm, 25 Euro Geht eigentlich für so ein Body, der hinten anders ist Genau Die Size von dem Ähm, war auch eine L Aber ich finde Von den Proportionen her Sah es jetzt nicht so aus In der Hand zumindest Haha Aber Vor allem probieren her Ähm Wird es bestimmt gehen Der ist ja Also der Stoff Ist schon recht dehnbar Also Wird schon Genau Und jetzt Zu meinem letzten Artikel Haha Seid ihr bereit? Ich habe mir Gekauft Eine Anzuglederjacke In Schwarz Ja Weil es wie gesagt Diese Anzugjacke Zu meiner Hose nicht gab Dachte ich mir Hm Dann kaufe ich sowas in diesen Also so in den Von Boah Ich muss mal Deutsch lernen Von Vom Look her So Halt wie es gemacht ist Die Jacke auch Von den Proportions halt her So dass es dann Trotzdem ein bisschen Baggy aussehen Ein bisschen Oversized Ähm Aber Weil es eben die nicht gab Dachte ich mir Okay Dann nehme ich die Äh In der Leder Version Habe ja schon vorhin gesagt Dass ich Ähm Leder momentan Auch mega nice finde Ja Und Ähm Die hat Solche Taschen Die recht groß Sind Also ja Schon echt groß Also so ungefähr Mit meiner Hand groß Und ähm So einen kleinen Kragen Hat sie auch oben dran Ist Äh Auch ausgestattet Mit zwei extra Knöpfen Und ähm Und ähm Ja Hat zwei Knöpfe Hier An ähm Ja Am Oberkörper eben Wo man es zu macht Vorne Und von Ähm Den Ärmeln her An den Ärmeln Hat sie auch so einen kleinen Knopf Hier Ähm Und ja Die Ärmel sind eben Auch wieder so Dass sie ein bisschen weiter Nach unten hin werden Beziehungsweise Ich glaube bei denen ist es so Dass sie auch von oben Schon Echt Äh Weit Sind Ja und von Ähm Der Länge her So sah es am Model aus Von der Länge her Ähm Dachte ich mir halt Ja bei den Anzugjacken Sind die auch ein bisschen länger Deshalb Ähm Bei der Lederjacke Kann man das ja dann genauso stylen Ja Falls ihr mir noch nicht Auf Instagram folgt Wo ich wahrscheinlich Ein paar von den Outfits Auch posten werde Die ich mir jetzt so Zusammengestellt hab Äh Für meine Summer Garderobe Und jetzt auch Übergang Wo es ständig wieder schneit Was meiner Meinung nach Langsam echt ätzend wird Wie seht ihr das? Ähm Ja Werdet ihr die sehen Also falls ihr mir noch nicht Auf Instagram folgt Dann folgt mir da gerne Ich heiße AdditsRobinBank Und ähm Lagt beim Video Falls es euch gefallen hat Und schickt es gerne an Freunde weiter Damit die auch ein bisschen Ähm Inspiration vielleicht kriegen Und Falls ihr Bock habt Bei Motel Rocks Zu shoppen Dann guckt einfach mal Auf denen ihre Instagram Seite Die werde ich auch hier verlinken Ähm Vielleicht haben die da ja nochmal Ein Code Oder vielleicht ist dieser Social25 Den ich euch vorhin genannt hab Immer noch gültig Und Vielleicht findet ihr da ja was Was euch auch gefällt Oder vielleicht Haben euch die Sachen Die ich gekauft hab Auch gefallen Dann Könnt ihr die ja gerne Jetzt auch bestellen Aber ja Ich hoffe Ich konnte euch helfen Oder hab euch ein bisschen Bespaß Zumindest Und Wir sehen uns Bei meinem nächsten Video Tschüssi